als hat ihr knüppler jetzt wieder chomp wieder dran gekriegt wieder dran gekriegt ne 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 das ist mein anderer account hier ist wieder knochen weiter geht es mit crossmaster arena ich habe ja schon eine ganze weile nicht gespielt und meine teams was ist das denn in der weile habe ich nicht gespielt aber gut hier kann man glaube ich auch nicht allzu viel verlieren crossmaster rotation was sind meine teams befindest dich hier in deiner crossmaster sagen wir von hier aus kannst du deine teams verwalten und sogar neue crossmaster halten ok crossmaster die man nicht hat meine crossmaster aber das sind neue hier alle existierenden crossmaster zusammen passend auf sie klickt kannst du dir ihre kraftwerke anzeigen lassen deine teams für die arena werden unten angezeigt du kannst sie ändern um was du kannst sie ändern um die erhalten kaufmasse einzusetzen so jetzt reinpacken recycling menü kannst du recyceln um fragment zu bekommen ok benutze diesen button wenn du zurück zur klassischen anzeige klassischen anzeigen willst so aber ja recyceln kann ja nichts habe ja noch keine doppeltier oder dreifach oder fünffach aber gut jetzt habe ich mir das weitestgehend gemerkt hoffe ich oder ist das derselbe tankfit was bedeuten diese uhren hier ich finde es eigentlich blöd dass die die irgendwie so eindeutschen müssen so beim englischen oder so waren die vielleicht auch ganz witzig so die habe ich nicht aber ich denke da werden noch welche dazukommen so wir gehen zurück super wo super wo gehe ich will spielen ich will spielen abenteuer arena ich probiere mal arena wenn du einmal arena wenn du neu bei crossmaster bist oder wenn du beim erstellen des teams etwas mehr würze möchtest ich glaube ich spüren wir das vor an einem neuen kolosseum teilnehmen ok neben 9 krasium verfügst du über eine auswahl von 20 crossmaster mit denen du dein team zusammenstellen kannst du bist dran stelle dein team zusammen du kannst erst immer zwischen jedem mensch einnahmen jetzt müsste man sich initiative ok bewegung neben spunkte sechs links punkte dazu müsste man halt ein bisschen mehr ahnung habe katar ok 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 erinnert mir wir machen es jetzt mal richtig blöd ich mache jetzt weil ich mich jetzt nicht so gut leider nicht so gut wie hiermit beschäftigt habe nehme ich jetzt tatsächlich so wir machen es jetzt aber nicht so gut wie hier so gut dann ich habe den Namen einfach nur einen klopf zu nehmen ok hier sind wir dann hier Quentin Flush Uri Kröbel 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 Jetzt haben wir Kankakaskale, Kornbugs, Joris Haudegen, Soufukiriktans, was ist das, Darmai, Anatomy, Rubigo, Darth Tengfet, Katar, Gain, Harry Seth, James Blond, wir nehmen James Blond mit rein oder? Achso, hier kann man noch wählen, welche Positionen die aufgestellt werden sollen, aber das ist jetzt erst mal Wurst. Muss man alles Slot hier voll machen? Mounts Rookie, ich glaube man kann die tatsächlich alle voll machen, dann nehme ich von Mitte hier irgendwas noch, obwohl ich habe jetzt auch aus jeder Reihe einen Teng-Klid. Was ist das hier, was ist das, Stufe, 16 von 12, man kann, ah, alles klar, gut, ich kriege den hier wieder raus, aber rausziehen, okay, würde ich sagen, wir fangen an, aber ich nehme den mit den meisten Bewegungspunkten, oder, da tausch die Maus, 3, 3, je mehr Matches, je mehr du Krollos eben gewinnst, desto mehr Belohnung bekommst du Cross Recycling Fragmente oder sogar einen Kopfmaster. Jetzt kommt ihr ins Spiel, hu hu hu. So, Spiel, wobei auslisten hier, komm, komm, dann tun wir mal einen Gegenspieler, manche Zauber haben auch sie keine Wirkung, okay, es geht los, den Kampf beginnen, ja man, ich spiele zuerst. Ich würde mal einen Abstand von zwei irgendwie dazufügen, würde ich jetzt mal sagen, irgendwie so, ja. Okay, ich denke, wir bestätigen, jetzt packen er so einen Krempel da noch zusammen. Da war doch noch irgendwas mit diesen Münzen einsammeln, und hu hu hu. Okay, ich bin dran. So, wie war denn das Münzen einsammeln? Ey, warum hat ihr die andere Münze nicht angesammelt? Warum hat ihr diese blöde Münze nicht angesammelt? So, dann sammeln sie auch mal ein Münzchen ein. Okay, okay. So, dann sammeln sie auch mal ein Münzchen ein. So, in der Runde danach will ich hier auf dieses Feld und dann für so einen Specials kaufen hier. Guck, was er gegen jetzt macht hier. Ich bin mal gespannt. Okay. Der hat schon viel, okay. Fünf, sechs, irgendwas macht der anders als ich. Was hat der fünf Vieh? Ich befürchte tatsächlich, ich werde mir verlieren. Auf irgendeinem Grund denke ich mir, wenn ich hier mal wieder spiele, irgendwann nach einer halben Ewigkeit Dass ich immer gegen Spieler spiele, die auf jeden Fall das Tag und Nacht zocken Oder zumindest mehrere Stunden am Tag Weil ich dann halt so ein bisschen geäfft bin, am letzten Endes Das würde dann auch mal bei ihm, ne? Was war denn das jetzt hier? Ich weiß nicht mehr, was das bedeutet Eins war irgendwie ein bisschen Angriffskraft und das andere war Death oder irgendwie so, ne? Okay, achso, ich muss das ja auf jemanden ziehen, stimmt ja Den hier so, okay Ähm So, das kostet 6 Zufällige Ja der Belohnung Was ist das denn hier? Horror Style Pandava Style Steel, was ist das denn? 6 plus 1 Ich hab so ein Sternchen Okay So, das hab ich jetzt hoffentlich gekauft Meister Wo soll man auch mal die überknackten Münze ein hier? Ich will, dass die irgendwie zusammenbleiben hier Ach guck mal, hier war auch schon so ein Teil Bin ich gar nicht drauf geachtet, ey Was haben wir denn? Haben wir noch so viel? 6 Alles klar So, du latsch mal hier rüber So, du latsch mal hier rüber Den scheed mal ein Okay, wir haben 3 Ich werde das auch gleich ein Äh Was ist das denn hier? Einmalzauber Verkleben Ne, ich nehme den ganzen Kremper hier So, komm Alles klar Was hat der da für gekackt? Das dauert ganz schön lange Fällt mir übrigens gerade auf Wenn man hier ewig erstmal alles reinfummelt Ich muss den einen da wieder rüber kriegen Was sind denn das eigentlich für komische Gockel da? Das ist mir schon suspekt, ehrlich gesagt Was ist denn das? Oh, der ganz andere Äh Was ist denn das für ein Vieh? Alter, wie weit kann der herankommen? Wie? What the fuck, Alter Ich meine, was soll das? Der dauert ganz schön lange, ey Ist das hier Dark Blood oder Ne, Dark Blood Hm Ich hatte mal einen Heiler irgendwie Also bis der mal fertig ist hier Das ist ja Wahnsinn Für jeden ist das glaube ich sowas wie Schachspielen hier oder so Echt jetzt? Oh, komm Was habe ich denn krasses jetzt hier so? Guck mal, dieser Blood ist dahinter Was ist denn die Mindestrange, um den zu treffen hier? Voriger Pfeil Was ist das? Explosionspfeil Komm, falle mal aufhören Minus vier, siehste Was kann ich denn jetzt noch machen? Was haben wir denn hier? Was ist das? Zurückstoß nach Fall Schubs und Fall Zwei Felder zurück Ja Ja, das probieren wir mal Scheiße, kann ich nicht machen Boah, echt jetzt? Ich kriege den Scheiß jetzt weg hier Ich muss hier irgendwie rüberlaufen Und kann leider nicht Ich versuche mal hier irgendwie wieder hinzuführen So Mit dem Persönchen hier werde ich noch ein bisschen einsammeln Oder Warte mal, was habe ich Was ist das? Was ist denn das denn hier? Achso, das war das Ding, was ich gerade gekauft habe Ähm, okay Und es ist weg Gut, nächster Ähm Hier war noch so ein Teil Da oben Was ist denn das hier zum Beispiel? Ach, geil Äh, ich will aber ehrlich gesagt Irgendwie nach vorne hier Naja, da würde ich gar nicht rankommen Okay, ich mach den Ninja Chop hier Mö Fetz hier Das war ja witzig Ey, das war jetzt echt witzig Einmal hier Und das Aktivieren Okay, gehen wir hier hin Und das war es gewesen Jetzt will ich wissen, welche waren das? Goatheart, das war der nicht Frag, blatt Der hat ganz schön viel Leben Ich habe gar nicht so viel Leben, glaube ich Oh, Digga 5 von 5 10 von 10 Er hat einfach viel Leben, ey Mit den blöden Vögeln da immer Vielleicht sollte ich einfach diese Gebiete da so ein bisschen dominieren Und einfach diese Er wird, glaube ich, gleich versuchen, jetzt die ganzen Münzen einzusammeln dort Warte, was war das? 1 plus 1 14 Leben Ich meine Was soll ich denn das schaffen? Alter Kannst du mich verarschen? Ich sagte, er hat voll die Op-Figuren hier Und ich habe gar nichts Guck mal, wie oft er angreifen kann Das ist doch lächerlich Jetzt mal im Ernst, ey Bist du jetzt fertig, du Lappen? Echt jetzt mal Oh, Bitch Was? Wirst du mich veräppeln? Komm, mach, Mann Der hat nur noch einen Lebenspunkt Peres hält sich um 2 Die muss ich kaputt machen 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Scheiße, Mann Was soll denn das hier? Mhh Fuck up, echt jetzt? Wo geh ich denn jetzt hin? Ich hab keine Ahnung, man. Was ist das denn? Voriger Pfeil. Warum geht das nicht? Hm, jetzt steh ich hier ein bisschen blöd. Aber okay, ich hab noch ein paar Lebenspunkte hab ich noch. Hm, er hat nur noch einen Lebenspunkt. Einen einzigen. Der muss irgendwie hier einsammeln, aber ich glaub nicht, dass ich den noch irgendwo hinbringen kann hier. Ich muss den, ja, den nach unten, irgendwie muss der nach unten. Ich will ihn eigentlich nicht verlieren. So, wenn wir zu dritt irgendwie weitermachen hier. So, wie sieht's aus? Okay. Was hab ich da eigentlich vor mir? Ich hab ja noch einen Charakter, welcher ist, wo ist der eigentlich? Der ist ja nicht tot, oder? Was ist das? Was ist das? Männliche Aufmunterung. Schub's um zwei Fälle zurück. Wo ist mein anderer Charakter? Jetzt mal im Ernst, ey, ich seh gar nicht mehr durch. Hm, ich kann nirgendwo mehr hin. Wo krieg ich noch hin? Okay, was ist das denn hier? Flugflugbeschwörung. Okay. Kann ich noch irgendwie angreifen oder so? Von die Fresse hier so, boff. Und das war's gewesen. Wer ist noch dran jetzt? Ich hab doch alle benutzt. Ach, den Flo Flo, den kann ich auch noch. Wo ist diese Person jetzt hin? Und der kann nichts einsammeln? Schau mal weiter. Kack. Also wenn man so kämpft, dann dauert das ganz schön lange. Fällt mir echt. Also wirklich wahnsinnig. Guck mal, der hat zwölf. Der kann auch irgendwie so ne Supersmasher gleich hier noch machen. Jetzt kommt er hier wieder mit seinen 15 Angriffen gleich hintereinander. Back und zack und schmackerdibock. Hier aber nicht noch einen Angriff jetzt, ne? Mal auch mal gut hier. Aber jetzt steht der andere ja auch noch da. Was? 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 Echt jetzt? Hat er sich selbst verletzt? Er hat sich selbst verletzt. Da kriegt er bloß eins wieder. Was ist das für ne Scheiße, Mann? Was ist das für ne Scheiße, Mann? Was ist das für ne Scheiße? Was ist das für ne Scheiße? 12 16 12 16 willst du mich veräppeln ey das ist so lächerlich echt jetzt was war das folgerfeil explosionsfall wieso kann ich den nicht einsetzen ey scheiß auf diese münzen ich werde die eh verlieren von daher aber ich habe den anderen mit verletzt oder 8 16 9 16 ja tatsächlich kann ich noch mal schießen wir können leider nicht noch mal schießen hier oben hingehen jetzt ist er dran aber ich weiß nicht scheiße ich komme gar nicht bis dort hoch echt jetzt der hat doch nichts ist auch nichts mehr zum einsammeln ich kann ja auch nichts ausgeben und der würde mich einfach fertig machen das ist scheiße wo gehe ich jetzt hin mit dem vogel das ist das problem ich kann nur wer ist das denn hier so was war das männliche ermunterung schub zum zweifel zurück macht aber gar keinen schaden eigentlich der macht eigentlich gar keinen schaden dieser typ der dinge dinge ist minus 3 es können ach so dass den loppen kicke ähm ich habe mal drei Leben zu sehen, dass ich im Leben bleibe gut äh, was, was? wieso habe ich eine Nina-Lager erlitten? weil ich einen verloren habe? oder was? der hat auch mal einen verloren wieso diese Niederlage? ich verstehe es nicht hä? naja, da muss ich mit demnächst mal irgendwie befassen das habe ich jetzt nicht gerafft ich bin verwirrt gerade naja, wie auch immer, trotzdem danke fürs zuschauen hinterlasst doch ein Abo ich bin gerade ein bisschen sprachlos und meine Emotionen äh, ah ne, danke fürs zuschauen wie gesagt hinterlasst ein Abo ich werde mich mal ein bisschen mehr mit Crossmaster beschäftigen damit ich auch mal irgendwie durchsehe wie was anzuwenden ist und so ob ich jetzt verloren habe, habe ich nicht verstanden keine Ahnung, weiß ich auch nicht scheiß drauf egal, viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal tschau tschau